Herzlich Willkommen in diesem Video. Heute sind wir in Chemtal beim Motorworld hier in der Schweiz nähe Zürich und heute ist das Italian Car Meeting hier und ich hoffe, dass es viele, viele LaFerraris oder sonst wunderschöne Autos zu sehen gibt. Schaut euch das an, ein wunderschöner seltener SZ 1060 Stück gab es glaube ich nur und dann noch ein paar Roadster RZ, aber hier gibt es noch einiges mehr um zu entdecken heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich glaube ich habe noch nie mehr Landstein und Agrarale auf einem Haufen gesehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Auto ist wirklich gefahren damals in Monaco und steht jetzt auch hier wieder in Kämptal. Wie wunderschön das ist, hier zu stehen und dass die Autos auch wirklich fahren, das finde ich besonders toll. Die Autos und die Autos und die Autos und die Autos. Die Autos und die Autos und die Autos. Die Autos und die Autos und die Autos. 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 Die Autos. Die Autos. Die Autos. Die Autos. Die Autos und die Autos. Die Autos und die Autos. 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 Die Autos.